auch hier so die gegend so sieht nett aus sag ich mal klar spielt jetzt auch nicht mehr das neueste glaube ich ne aber auf welch jetzt spiele ich mich richtig freu ist was aber leider erst anfang nächsten jahr glaube ich rauskommt ist hier black desert hast du da schon mal was von gehört muss man echt die grafik angucken ist richtig bombe wirklich die ist total geil und da kann ich dir auch echt nur empfehlen dazu zocken wirklich ohne schweiß kannst ja mal angucken wenn du willst black desert wie gesagt dann gewinnen wir da habe sechs jahre gilt was 1 und okay sechs jahre ist schon eine zeit ja wie gesagt gilt was 1 habe ich nie gespielt und jetzt hier wie gesagt gilt was 2 aber ich bin jetzt ehrlich ich muss jetzt auch nicht unbedingt gilt was 1 mit sonnen weißt du was ich meine ja das habe ich auch gezockt aber das soll warte mal ganz kurz okay ja wie gesagt ich habe gehört dass das nicht viel mittlerweile ausgestorben sein soll das spiel ne also ich finde das schade weil das hat eigentlich ähm potenzial aus meiner sicht da war ja hosing glaube ich auch alles ne also ich war da eigentlich mein maximal level war da war 15 ist auch nicht die welt jemand im gegensatz zu euch töpeln aber da lustige war hatte ich meine quest da muss sich an so ein seil doch glittern ich stand da vom seil ist so verdammt scheiße wie komme ich da auf das seil drauf ich habe mich schon aufgeregt ich so ich habe er gedrückt ich habe alles gedrückt jetzt ist dass die ich nicht gedrückt hatte war leertaste und leertaste war da dann nicht so scheiße das war richtig gut ey ich habe so gesagt wie kann man denn hier hier ähm auf die dinger drauf hat mich voll aufgeregt die so scheiße hier bis mir das dann gesagt wurde nein ich will nicht mehr trauben werfen aber auf jeden fall lustig also inwiefern das endgame also quasi wenn du endstufe warst ich glaube 50 war das ne kann das sein ach jetzt ist das übertreibende aber ja dann müssen sie schon hat dazu schlagen ach so ok ja wie gesagt das war echt wie du gerade selber sagt das war total geiler spiel aber ja anscheinend haben wir echt zu wenig geboten bekommen ach ja äh ich bin ein stock hier für die bierne gauern der minister lässt mich mein wein gut nicht wieder aufbauen mal sehen wie ein wein aus hohen mitten ist ach ja äh ach so ähm ja ich habe hier mit meinen anderen schar bin ich lieb aber ich wollte mal was anderes weil ingenieur kenne ich fast bei gar keinem ich weiß nicht bei gar kein rollenspiel so ich kenne eigentlich immer die standardklassen so magier krieger gibt es ja überall weißt du und ingenieur dachte ich mir okay komm hört sich interessant an jetzt mal denn irgendwie dachte ich ja ich habe das werden wir machen muss ich drücklichen fahrten malig ich bin nicht durch die krass mich heute mittag schon verwirrt beitrag 2 aber ich glaube man muss immer hin und her rennen mein gott ey ja dann habe ich das die ganze zeit falsch gemacht egal ja ja ist ja gut hier hat es nur ein paar da kann ich helfen ja hier wird schon vor weihnachten oh da sind zu viele auf einen Haufen ich habe jetzt ein bisschen Angst was bin ich da rum baller dass ich dann nicht nachher die Erbskarte habe aber ich bleibe mal kurz hier damit ich jetzt sie abstrauben kann fern auf einen Dance ja und Gold nice waaaaaah erinnern um ihr Leben ja aber ich kann alles gebrauchen ich will auch alles so erleben von der Story auch diese ganzen kleinen Nebendinger so weißt du ich bin echt so wenn ich was zock dann auch wirklich mit Herz und Seele stirb du Drecksack kurz hoch heilen ja 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 das heißt das ist schon dauer den holen wir uns auch noch kaputt what ja mach schon doch vor mir ich habe noch keinen Sammelwerkzeug noch krieg ja gleich erst ja ich habe noch keinen Sammelwerkzeug du Drecksack du Drecksack was findest du euch wibbelzampfe oh meine Nase juckt ich finde immer lustig ich finde immer so das ist eine Wallachie wegklinge geh kaputt du Waffen Schländer ich habe Schländer gesagt geh hier geh dauern Jume oh das sieht nicht gut aus meine Freunde meine Freunde der eine Nacht kriegt wiederbeleben nein ich muss mich um Silber kommen Hilfe oh oh gute Nacht erstmal hoch heilen hier ey ich mach nichts ich mach nichts greif ruhig den an ich mach nichts ich will die hoch ein hier ich will die hoch ein hier gibt erfahrungsgutel nein du Drecksack nein du Drecksack allei mitten im Feuer und Flammen stehe ich hier und halte den einfach hoch ja das war schon wieder alleine wittert hier auch nichts ey bisschen Gefühl genau die die scheiß habe ich auf ihn gemacht danach haben wir Ende gemacht stimmt ging viel schneller heute Mittag oh Quiz habe ich fertig nice dann habe ich jetzt noch nebenbei fertig ich werde nach Aldi gehen ja sehr jo machs gut danke für deinen Besuch ich wünsche dir eine angenehme Nacht komm gut zum Liegen ich hoffe man sieht sich mal irgendwann wieder ich bin Zeit echten Schatten anzurichten ist er kaputt aber sicher doch man sieht sich doch immer zweimal im Leben weiß er doch ja wir haben es geschafft aber ich mache jetzt eh Feierabend wenn ich Level 10 bin ich gehe jetzt noch kurz hier rüber weil hier gehe ich ja ins andere Land und da will ich noch nicht weil ich da noch zu schwach für bin und jo ich glaube ich kann da durch ne das ist eine Höhle im Durchgang ach ja ja innerhalb ein paar Stunden sind wir schon Level 10 gekommen das freut mich ich bin in meiner Nähe ich bin in meiner Nähe in den Dingen das wir da im Arsch der Welt wahrscheinlich ja ja ok dann da dann da ok oh was ist denn hier sieht aber ein bisschen brutal aus oh ne nicht nicht nein ne ich habe keine Zeit für die Scheißgröße ne ich will das nicht machen hab ich schon gerade gemacht ah du gehst mir ja auf den Sack du schierst mir im Weg so kurz mal hier erforschen diese kleine schöne Gegend oh viele Apfelbäume und Wein anbauten ja noch drei Aussichtspunkte dann haben wir alle hinter uns oh fuck ich dir manchmal noch hier helfen ich werde weiter leben nö bist du tot ich kenn mich ja nicht aus mit göttlichen Prüfungen aber in Wahrsagerei seid ihr durchgefallen oh und sie machen daher nicht normal gehen 3 und damit da Die Frage, wie weit die wieder laufen. Ich bin wieder 10 Kilometer high. Ach, ich bin schon über 10. Okay. Yeah. Yeah. Mein Gott. Oh, 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 oh. Die war vorher nicht gebrochen. Ja, 23 Silber und 30 Kupfer, Münzen. Ja, ist einfach mal Kupfer oder Däumer. Ah, ich habe das immer so lahm Arsch gelaufen müssen. Nein, das ist unglaublich. Ja, sieht wirklich schön aus. Äh. Äh. Was ist so cool, wenn ich die Antage, dann guck die da hin. Glaub ich meine, oder, oder? So. Es war ein Hinterhalt. Dieser Schweine. Ja. What the fuck. Äh, nicht mehr so. Ich habe jetzt wieder diese Berge, wie da ist. Ja, ich bin. so mein gott das ist mal gut hier da rastet da völlig aus mit seinen dinge oh gott keine auch jetzt mal jahr Prozent trifft euch In... Götterfels. Wo is'n Götterfels hier? Hattet, 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 hattet! Mein Gott, ey! Oh, geschafft. Yeah. Aber wenigstens haben wir es geschafft. Also ich muss echt gucken, wann. Es ist halt bei mir so unterschiedlich. Um 19 Uhr geht auf jeden Fall halt Counter-Strike weiter. Wie jeden Tag, falls es sich interessieren sollte. Naja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn man sich morgen Abend sehen würde. Ansonsten vielleicht doch dann irgendein andermal. Und dir wünsche ich dir noch eine gute Nacht, Schlafgut. Und bis demnächst. Mach's gut. Oh, vergessen die Taste zu aktivieren.